what's going on right now so so grüß euch hier ist der ollie da sind wir wieder unterwegs nicht in new york city sondern außerhalb von new york city aber ich habe natürlich new york city immer dabei schaut euch an das ist die neue holiday tours hoodie und t-shirt badeanzug und unterhosen tassen und handy hüllen und sogar kinder rash guard collection so schaut es aus von hinten schaue ich aus wie der von hinten der in der stadt steht und einen knackasch hat wie ich natürlich deswegen fahre ich peloton folgt mir peloton holiday tours ne hashtag holiday tours und schaut nach ollie holidaytours grieb das ist von hinten toll und ist so was von hinten wird es noch besser wenn ich mich jetzt für euch ausziehen werde ich mich ausziehen aber noch ein bild weil ich habe heute einen kameramann und der super und jetzt lassen wir die kamera kurz stehen dass sie nicht runter fällt hängen wir sie natürlich fest und ich werde jetzt ganz kurz hier mich für euch ausziehen zum einen packt man den hut ab und jetzt wird es kurz ein bisschen rauschen hoffen natürlich dass der hosenstall zu ist und jetzt gibt's holiday tours rashgard hier zum frühling im winter habe ich mir gedacht zeige ich euch was ihr nicht runter fallen lasst und zwar schaut euch das an das ist mein richtig geiles holiday tours outfit das ist das rashgard von hinten schaut es so aus das ist ein wahnsinnig ding und jetzt machen wir noch zwei drei bilder natürlich für all die die mich nicht kennen hier sind meine augen nur dass ihr wisst ich bin vergeben glücklich verheiratet mit der amerikanerin ja der catherine und die catherine freut sich schon auf den valentine's day ich mich auch haha und jetzt schaut euch den blick an denn ich bin nicht wichtig sondern das was ihr seht und wenn ihr mal auf facebook geht da seht ihr einen kleinen live stream den habe ich gemacht am wann war es am 8 februar und jetzt schauen wir hier kurz drüber am 8 februar haben wir hier einen live stream gemacht und da sah es wirklich geil aus heute sieht es auch wieder geil aus es schaut fast so aus als ob es der gleiche tag war das könnt ihr selber rausfragen finden schauen wir mal der blick ist der wahnsinn folgt mir auf youtube folgt mir facebook folgt mir instagram folgt mir tik tok und wenn ihr geradeaus rüber schaut da schaut ihr in eine schlucht und die schlucht die hat es in sich das ist nämlich die schlucht der 42 straße und da hat man einen mega blick wenn man da rein zoomt seht ihr diesen mega blick in der schlucht da kann man rüber schauen bis nach queens da sind die lichter vom times square da steht die polizei ist ein hammer und ich sag jetzt servus und ciao danke dass ihr dabei wart und kauft fleißig die holiday tours klamotten ne halleluja so schaut es aus wie die bilder hier macht toll 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 sag ich da nur hurra macht's gut für dich ciao bye bye